Hallo und willkommen zu diesem neuen Infovideo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um Anlagenbetrug beim Online-Trading, der Traum vom schnellen Geld. Also vom Prinzip das, was wir hier momentan tonnenweise an neue Anrufe reinbekommen. Der Traum vom schnellen Geld treibt zahlreiche Anleger in den finanziellen Ruin. Im Fokus stehen unseriöse Online-Trading-Plattformen, die ihre Leistungen vermeintlich aus dem europäischen Ausland über das Internet und soziale Medien bewerben. Die Betrüger locken ihre Kunden mit dubiosen Anlageprodukten und hohen Gewinnversprechen in die Falle. Die hochspekulative Geldanlage endet für die Betrugsopfer meist mit einem finanziellen Totalschaden. Nach Einschätzungen von Europol handelt es sich um ein europaweites Betrugsphänomen. Laut Bundeskriminalamt, also BKA, belief sich der Gesamtschaden bei Betrug und Untreue im Zusammenhang mit Kapitalanlagen im Jahr 2018 auf über 285 Millionen Euro. Was ist eigentlich dieses CFD-Trading? Beim CFD-Trading handelt es sich um ein hochspekulatives Finanzprodukt, das nur für erfahrene und gut informierte Anleger geeignet ist. Der Begriff CFD-Trading steht für Contracts for Difference, also Differenzkontrakte, und beschreibt den Handel auf steigende, also long oder fallende, also short Kurse von Aktien, Indizias, Rohstoffe, Währungen oder Zinsprodukten. Der Gewinn oder Verlust ergibt sich aus der Differenz von Einstiegs- und Ausstiegskurs, also Kauf- und Verkaufspreis des Basiswerts. Die Nutzer erwerben beim CFD-Handel keine Firmenanteile, wie man es vom klassischen Aktien- und Wertpapierverkauf oder Kauf kennt, sondern werden lediglich an der Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts beteiligt. CFDs gehören somit zur Gruppe der Derivate, die zu den komplexesten Anlagenprodukten am Finanzmarkt zählt. Also definitiv nichts für Privatanleger. Und damit wirbt man allerdings jedes Mal bei diesen dubiosen Anrufen, die wir hier auf dem Kanal jedes Mal hören. Was bedeutet Forex-Handel? Forex steht für Foregian Exchange Markets, kurz FX, und bedeutet übersetzt diversen Markt. Der Forex-Markt ist mit einem täglichen Handelsvolumen von über 1,5 Billionen Dollar der weltweit größte Finanzmarkt, auf dem Trader, also Händler, Währungen handeln. Den Forex-Handel kann man sich vorstellen wie ein Währungsumtausch im Urlaub. Wenn ein Urlauber aus Deutschland zum Beispiel nach Dänemark reist, berechnet sich die Menge der erhaltenen dänischen Kronen anhand des aktuellen Wechselkurses. Kehrt der Urlauber zurück von seiner Reise, kann er die dänischen Kronen wieder in Euro umtauschen. Liegt der Kurs niedriger, verliert er Geld. Liegt der Wechselkurs höher, profitiert man davon. Beim Krypto-Trading Also Trading mit diversen Kryptowährungen besteht ein sehr hohes Verlustrisiko. Entsprechend wird eine gewisse Expertise und Erfahrung vorausgesetzt. Trading-Anfänger sollten daher einen großen Bogen um das Anlageprodukt machen. Bedeutet, alles was wir hier jedes Mal über die Trading-Geschichten hören, geht ja meistens in die Richtung Krypto-Trading. Tja, und da hat ein privater Anleger, der keine Ahnung hat, definitiv überhaupt nichts verloren. Bei der Kryptowährung handelt es sich um eine digitale Währung, die legal getauscht und gehandelt werden kann. Allerdings werden Kryptowährungen nicht durch Aufsichtsbehörden oder Banken reguliert. Beim Handel mit digitaler Währung spekulieren Anleger auf Preisbewertungen am Markt. Die Abwicklung läuft über eine CFD-Trading-Plattform oder an der Börse ab. Der Handel findet dabei völlig anonymisiert und pseudonymisiert statt, sodass sich hinter dieser Investitionsmöglichkeit Schneeballsysteme oder andere Anlagenbetrugsmodelle verstecken können. Welche Kryptowährungen gibt es eigentlich? Neben der bekanntesten Kryptowährung, dem Bitcoin, gibt es weitere digitale Zahlungsmittel. Bitcoin Cash, Carando, Dash, Doge, EOS, Ethereum und so weiter. Wie viele Kryptowährungen gibt es denn am Markt? Auch das ist ziemlich schwierig. Mittlerweile sind es über 10.000 verschiedene Kryptowährungen, die man handeln kann. Das entspricht auf jeden Fall mehr digitale Währung mittlerweile am Markt als ganz normale Bargeldwährung, die es so überhaupt gibt, also in den verschiedenen Formen von den verschiedenen Ländern. Wie funktioniert der Handel mit binären Optionen? Beim Online-Trading mit binären Optionen handelt es sich um ein reines Spekulationsgeschäft mit einem sehr hohen Verlustrisiko. Der Handel mit binären Optionen ist für Privatanleger deshalb seit 2018 in Deutschland verboten. Anleger spekulieren bei diesem Investment auf einen Kursanstieg oder Kursabfall. Getreu dem Motto Cash or Nothing. Gewinn oder Verlust. Das Prinzip ist selbst für Laien sofort verständlich, was binäre Optionen gerade deshalb so gefährlich macht. Das Problem dabei wäre, der Wert von binären Optionen ergibt sich nicht aus Angebot und Nachfrage, sondern der Anbieter legt den Preis selbst fest. Für Kunden lässt sich dies somit kaum nachvollziehen oder überprüfen. Unseriöse Trading-Anbieter Anlagebetrug im Internet In den vergangenen Monaten explodierten die Betrugsfälle in Verbindung mit Geldanlagen auf nicht lizenzierten Online-Trading-Plattformen im EU-Ausland. Die Betrüger haben sich verstärkt auf Anlagemöglichkeiten in finanziellen Differenzkontakten, also CFDs, binären Optionen, auf Aktien, Indizes, Rohstoffe und Währungen, Forex-Handel, sowie Kryptowährungen fokussiert. Die Abzockmasche ist dabei immer dieselbe. Und das kennen wir hier natürlich auch aus den Videos. Vom Prinzip sind deren Skripte immer die gleichen. Leicht abgewandelt und, naja, der Inhalt so ein kleines bisschen verschoben. Ja, aber vom Prinzip bleibt jeder Anruf hier auf diesem Kanal. Letztendlich, wenn es um Kryptowährung oder Trading-Roboter geht, ja immer dasselbe. Meist fangen die Probleme mit den ersten vermeintlichen Gewinnen an. Wer den Absprung nicht rechtzeitig schafft, steht in vielen Fällen vor einem finanziellen Totaldesaster. Europol, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, ESMA, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin, sowie das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter warnen vor den hochspekulativen Finanzgeschäften. Immer dieselbe Masche. Vermeintlicher Online-Broker zahlt Geld nicht aus. Sobald sich die Kunden auf der vermeintlichen Trading-Plattform registriert haben, erfolgt eine Kontaktaufnahme durch einen Broker oder einen Callcenter-Mitarbeiter. Das Ziel ist es, dem Anleger davon zu überzeugen, langfristig größere Investitionen zu tätigen, um größtmögliche Gewinne zu erzielen. Hat der Verbraucher sein Kapital eingezahlt, werden nach kurzer Zeit erste Gewinnentwicklungen im Kundenkonto angezeigt. Hierdurch soll der Anleger vom Finanzprodukt überzeugt werden und weitere Investitionen tätigen. Tja, was der Kunde jedoch nicht weiß. Mithilfe einer Betrugssoftware können die Plattformbetreiber fiktive Kontobewegungen und Gewinnerlöse simulieren. Also ich erzähle euch hier in dem Fall ja jedes Mal von diesem Demokonto. Ja, und das ist einfach nur nochmal eine andere Umschreibung dafür. Tatsächlich findet nämlich gar kein Handel statt. Stattdessen überweisen die Betrüger das eingezahlte Guthaben auf ausländische Konten. Anleger bekommen hiervon erstmal nichts mit. Wer sich seinen angeblichen Gewinn schlussendlich auszahlen lassen möchte, wird von den Brokern hingehalten und aufgefordert, vermeintlich anfallende Steuern und Bearbeitungsgebühren zu entrichten. Die Hinhaltetaktik dient ausschließlich dem Zweck, noch mehr Geld zu bekommen. Schließlich bricht der Kontakt irgendwann vollständig einfach ab. Das eingezahlte Kapital ist dann komplett verloren. Bei Anlagebetrug, Bafin und Polizei einschalten. Du bist Opfer der Betrugsmasche geworden? Dann solltest du den Finanzbetrug der Bafin melden und Strafanzeige bei der Polizei stellen. Wie können Anleger unseriöse Broker erkennen? Betrügerische Webseiten sind auf den ersten Blick nur schwer zu erkennen. Daher sollte sich ein potenzieller Anleger genau über den Trading-Anbieter informieren. Hierfür findet ihr Checklisten im Internet, die man erstmal absolvieren sollte, bevor man auf so einer Seite einzahlt. Hier in dem Fall ist diese Checkliste von der Webseite evz.de. Betrügerische Trading-Anbieter erkennen und sich sofort schützen. Hier ein paar Beispiele. Gibt es auf der Webseite ein vollständiges Impressum? Wer ist der Ansprechpartner? Wo hat die Firma ihren Hauptsitz? Informiert euch umfassend über den Trading-Anbieter und das Produkt. Also über Suchmaschinen, Foren oder irgendwelche Online-Dienstleister. Es gibt so Seiten, wo man Trading, also die Seiten, also es gibt Online-Webseiten, die Trading-Webseiten überprüfen. Diese Seiten findet man relativ leicht. Allerdings sollte man bei diesen Seiten auch wieder aufpassen, ob sie nicht vom Betrüger direkt selbst sind. Ist der Trading-Anbieter von der BaFin oder einem anderen EU-Land lizenziert? Ist die Firma in den Unternehmensdatenbanken der Aufsichtsbehörde der jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten oder in der Unternehmensdatenbank der BaFin gelistet? Und ganz klar, seid auf jeden Fall misstrauisch bei Erfolgsversprechen von ganz, ganz hohen Gewinnen. Denn hier ist das Verlustrisiko besonders hoch. Lasst euch nicht unaufgeforderte Beratungsgespräche im Zusammenhang mit sofortiger Einzahlung irgendwie hinreißen. Legt einfach am Telefon auf, wenn es dazu kommt. Und ganz wichtig, zahlt niemals Geld am Telefon bei irgendeiner Firma ein. Und schon gar nicht mit irgendwelchen Ausweiskopien per E-Mail. Denn hier erfolgt in den meisten Fällen noch ein kleiner Identitäten-Diebstahl. Ja, genau so. Ja, das bedeutet unterm Strich, als Dankeschön, dass man euer Konto leergeräumt hat, macht man dann noch Unsinn in eurem Namen mit eurer Personalausweiskopie und ihr bekommt einen Hagelregen von Anzeigen, vielleicht durch Ebay-Kleinanzeigenbetrug und so weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat dieses Informationsvideo wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video gerne mit eurer Familie, euren Freunden, euren Bekannten auf Instagram, Facebook, WhatsApp, was es da noch so alles gibt. Und vergesst das Abo nicht, wenn ihr keine weiteren spannenden Themen mehr zum Thema Telefonbetrug verpassen möchtet. Am besten mit Glocke. Dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn ein neues Video auf dem Kanal online ist. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020